und record hallo leute so und heute bin ich endlich mal dran mit filmen und das mache ich mit der neuen acx 400 von minox jetzt in 4k ist der nachfolger der acx 300 um euch zu zeigen was das kleine gute stück kann haben wir es auf einen just right carbine von waffen fackinghoff gepackt und wie ihr seht es läuft schon und jetzt zeige ich euch mal was die kleine alles aushält ja